Denkt doch mit, Leute, er ist ein Männchen, er braucht ein blaues Tütü. Bin ich hier die einzig Kluge? Na los, machen Sie schon. Hallo, hier ist die Quiztime und Sie wissen, wie es gestern war, schnell müssen Sie sein. Wir starten sofort den Hot Button in 3, 2, 1, los. Welche deutsche Stadt suchen wir? Wiederum geht es in wenigen Sekunden um 500 Euro. Sie müssen schnell sein, Sie schnell entweder einwillen oder eine SMS schicken. 01379, dreimal die 4, dreimal die 2. Welche deutsche Stadt suchen wir? Sie sehen, relativ einfach, Sie müssen schnell sein. Mit dem Handy eine leere SMS an 3x4, dreimal die 2. Der Erste, der bei mir landet, bekommt sofort 500 Euro. Jetzt müssten Sie schon da sein? Gestern war es Kerstin, 500 Euro abgeräumt. Wer ist es heute? 01379, dreimal die 4, dreimal die 2. Mit dem Handy eine leere SMS an dreimal die 4, dreimal die 2. Welche Hot Button blinkt? Welche deutsche Stadt suchen wir? Schauen Sie genau hin, bringen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge, sind Sie bei mir, haben Sie sofort am Freitag. Sie haben am Freitag bereits vor dem Wochenende das Geld, 500 Euro Cash auf Ihrem Konto. Achtung, jetzt müssen Sie schnell sein. Jetzt müssen Sie schon da sein. 500 Euro am Freitag, sprich übermorgen auf Ihrem Konto, wenn Sie mir sagen, was steht hier? 01379, dreimal die 4, dreimal die 2. Sie müssen viel schneller sein. Sie müssen viel schneller sein. Welche deutsche Stadt? Hot Button blinkt schon, Sie müssen schon bei mir sein. Mit dem Handy eine leere SMS an dreimal die 4, dreimal die 2. 500 Euro sofort für den Ersten. 500 Euro sofort für den Ersten, der mir sagt, welche deutsche Stadt steht hier? 01379, dreimal die 4, dreimal die 2. Bei 500 Euro Cash und Sie haben das Geld, halten Sie sich fest. Sie haben das Geld am Freitag auf Ihrem Konto sicher. Schauen Sie nochmal hin. Welche deutsche Stadt? Hot Button blinkt noch schneller. Hot Button, Sie hören es. Jetzt könnte schon jemand bei mir sein. Wer wählt ein? Wer ist der Schnellste bei mir? 01379, dreimal die 4, dreimal die 2. Da können Sie nicht viel falsch machen. Achtung, Hot Button blinkt noch schneller. Hot Button blinkt noch schneller. Jetzt können Sie schon da sein. Wo sind Sie? Welche deutsche Stadt? Schauen Sie genau hin. Welche deutsche Stadt? Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen, bei mir anrufen und mit ein klein wenig Glück sofort 500 Euro Cash gewinnen. Und Sie haben das Geld am Freitag auf Ihrem Konto. Achtung. Achtung, mein Lieber, ich warte auf den. Mein Lieber, jetzt haben Sie nur noch ganz wenige Sekunden. Sie müssen jetzt sofort an. Sie müssen jetzt sofort bei mir sein. Jetzt sofort. Das sind die letzten Sekunden. Ich habe Ihnen gesagt, Sie gewinnen in Sekunden 500 Euro. Nochmal, welche deutsche Stadt suchen wir? Schauen Sie hin. Das charakteristische Ü. 500 Euro Cash am Freitag auf Ihrem Konto. Wer hat's? Achtung, wer hat's? Wer hat's? Wer hat's? Die Uhr abgelaufen. Wer ist bei mir? Nochmal, Sie müssen das Hot Button blinken noch schneller. Wer hat's denn? 01379, dreimal die 4, dreimal die 2. Wie gesagt, mit dem Handy eine schnelle SMS an dreimal die 4, dreimal die 2. 500 Euro Cash. Sehr gut, wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Christian. Servus. Christian, servus. Und was hast du raus? München. Gewonnen! Echt super! Christian, 500 Euro Cash und du hast es bereits am Freitag auf deinem Konto. Sprich, übermorgen rechtzeitig fürs Wochenende. Perfekt. Christian, bleib in der Leitung, viel Spaß. Das war die Quiztime. Tschüss. Morgen um dieselbe Zeit, 10.45 Uhr hier die Quiztime auf Kabel 1. Tschüss, bye bye, bis morgen. Morgen. Dein neues Haus. Fusch und kein Ende. Wenn das Traumhaus zum Albtraum wird. Vielen Dank.